Dann gucken wir hier nochmal rein und finden einen Heiltank und Motus-Bergbau-Analyse. Äh, nein. So, da will ich mal gucken, was das ist. Gegenstimmen. Wo haben wir das denn? Eine Entsorgungsnotiz? Experimenten, Experimententsorgung, Geheimhaltung ist noch immer wichtig für unsere Arbeit. Die bedauerlichen Fehlschläge müssen sorgfältig entsorgt werden. Die sich entstapelnden Altkörper unter den Höhlen werden zu einem Problem. Es wurde ein Brennofen bereitgestellt, um den Abfall zu entsorgen. Die Beseitigungsarbeiten dürfen dadurch etwas weniger unangenehm werden. Es wird jedoch davon abgeraten, strömungsabwärts von den Ascherhaufen Wasser zu trinken. Gewiss keine schöne letzte Ruhestätte für die armen Dinger, doch als Trost sei gesagt, dass es ohnehin nicht die Ruhesprünglichen Körper war. Ach, das war die erste Notiz, die wir sozusagen mitgenommen haben. Die können wir eigentlich mal in unsere Butze da reinschmeißen. Und hier haben wir Ted Mosby's Bergbau-Analyse. Drei mögliche Adern in der Gegend. Schwierigkeit des Erzabbaus schlecht einzuschätzen. Aufgrund überwältigender Anwesenheit von Jotum. Kriegsgeweihtenfeste könnte feindselige Elemente befrieden, würde aber zusätzliche Gelder von Motos erfordern. Möglicherweise sogar Dauerbezahlung auf Abruf. Nicht kosteneffektiv. Ja, Kosteneffektivität ist auch da ein wichtiger Grund. Qualität gut. Produktion der Städte im letzten Monat überprüft. Erfolgreich abgetragenes Roherz wird für die Abtragung benötigtem Felsen verglichen. Ertrag im Allgemeinen ein Teil Erz auf 10 Teile Ausschuss. Das Verhältnis spricht für sich selbst. Die Mineralien springen förmlich aus dem Felsen. Das hört sich ja schon mal gar nicht schlecht an. Dann werden wir einmal hier weiterziehen. Und mal hoffen, dass wir nicht noch so vielen Kobolden mehr begegnen. Oder offenexsichtliche Ratten. Warte, du gehst... Ach, du haust ab von selber. Das ist für mich völlig okay. Da müssen wir auch nicht Jagd machen auf einzelne Ratten. So, da haben wir auch nochmal 17 Gold bekommen. Und hier müssen wir jetzt zurück. Das war ja alles eigentlich easy peasy, ne? Und... Seiden, hier taucht jetzt natürlich nochmal so der richtige Klopper auf. Aber ich glaube... Nö. Denn jetzt sind wir schon wieder draußen. Wie sieht's denn hier aus? So, wir schauen einmal aufs Kärtchen. Und... Was haben wir hier? Ach ja. Ach ja, wir müssen ja noch zu ihm zurückkehren. Wieso haben wir das denn vorher nicht gemacht? Ähm... Wie machen wir denn das jetzt am geschicktesten? Na komm, dann gehen wir erstmal zu ihm. Und sagen ihm mal Bescheid. Dann haben wir nämlich das Ding hier dann auch komplett abgeschlossen. Und... Ja. Ach so, hier oben war ein Jotun, ne? Sind jetzt hier wieder welche? Ne, scheint es jetzt eigentlich ganz ruhig zu sein. Kommen wir da überhaupt runter? Ich glaube nicht. Dann gehen wir mal hier wieder runter und gehen mal den anderen Weg. Das ist ja auch ein ewiges Hin und Her hier. Aber man weiß ja nicht, wofür es gut ist. Und dann kann man das auch schon mal ruhig in Angriff nehmen. Und dann passt das auch. Und wir gehen hier einfach mal links rum. Und dann gleich wieder rechts rum. Und das Spiel speichert, was ich eigentlich nie für eine gute Idee halte. Da ist das hängende Skelett. Oh, edelweiß. Wir haben keine Reagenzchen gefunden, was eine Frechheit ist. Mal schauen. Ah, sind Erdecke. Da haben wir auch keine Reagenzchen gefunden. Ach, ich glaube, ist das noch der Restfluch? Dass alles, was wir anfassen, kaputt geht? Aber wir sind doch eigentlich... Wir haben doch die Flüche... Ach, wo will ich denn überhaupt hin? Die Flüche aufgehoben. Mysteriös, mysteriös. Aber wenn wir keine Pflanzen mehr sammeln können, dann ist natürlich schon mal schlecht. So. Da seid ihr ja! Ah, ihr habt das Totem. Gut. Wir haben für Feindschaft gesorgt. Nun müssen wir die Gegenseite ebenso aufstacheln. Tötet die drei Jotun-Häuptlinge, die als Ragnars Auserwählte bekannt sind. Ihr Tod wird den Ragnar mehr erzürnen als alles andere. Platziert danach in der Brust jedes Auserwählten einen dieser Kobold-Dolche. Das müsste ausreichen. Ja, das ist ja super. Und wofür nicht die Auserwählten? Sie halten sich bei den Jotun auf den Anhöhen auf und verbreiten das Wort ihres Ragnars. Vergesst nicht, in die Brust der Leiche eines jeden von ihnen einen Kobold-Dolch zu stecken. Das ist entscheidend. Ja, unser eigenes Kartoffelmesserchen werden wir da ja nicht stecken lassen. Seht, es beginnt! Ja, seht, es beginnt. Wir gehen erstmal Richtung Süden und versuchen hier mal so ein bisschen auf den Putz zu hauen. Ach, hier oben sind dann die drei, die wir einmal ein wenig verhauen sollen. Aber ich glaube, ich gehe doch erstmal wieder zu Gewühn. Zu Gewühn. Jetzt habe ich selber schon Gewühn. Was ist denn da los? Ähm, muss ich hier lang? Ich vermute mal ja. Ne, da muss ich nicht lang. Hier muss ich lang. Zu Gewinn. Und dann machen wir mal die Jotun-Häuptlinge als nächstes. Aber ich glaube, dass die... Ja, dass der nächste Kampf ein wenig härter sein wird. Und zwar, wenn wir da einmal den Durchgang gefunden haben. Sieht aber auch schon ein bisschen trostlos aus. Kann man irgendwie nicht anders sagen. Was sind hier schon wieder für Gegner? Ach, Spinnen! So, du kleine Spinnerhals. Das war jetzt, äh... Das war jetzt das. Und wir gehen erstmal wieder zur Halle der Erstgeweihten. Und, haben wir hier noch irgendwas, was wir... Ich schaue einmal kurz aufs Kärtchen, was wir hier noch nicht, ähm... Hm, da müssen wir hin. Können wir ja eigentlich mal den kurzen Weg nehmen. Oder kommen wir hier nicht durch? Doch, hier kommt... Schlüssel-Dietriche sind nutzlos. Ja, jetzt müssen wir hier... Hier war es... Ich denke mal, da vorbei. Jetzt müssen wir hier den langen Weg wählen. Und ich hoffe mal, dass wir... Da ein wenig schnell durchkommen. Ohne, dass wir jetzt hier nochmal irgendwie... Vielleicht zufallsgenerierte, äh... Gegner sehen. Hä? Wo würde ich denn hin? Wo muss ich? Ach, da haben wir es mir langen. Boah, ich bin schon völlig... Durch den Wind. Was haben wir denn hier? Da haben wir noch Gegner? Das ist ja merkwürdig. So, du kommst hierher gewackelt. Boah. Bist du verrückt? So, du kleiner Bombenwerfer. Wir wechseln mal wieder auf unser altbekanntes Schwertchen. Und machen wir uns nochmal hier weiter auf den Weg. Wieso haben wir die eigentlich nicht auf dem Hinweg... Äh... Schon so ein bisschen... Massakriert. Warum denn... Warum waren sie denn noch da? Weil wir sind ja einmal komplett hingegangen. Dann wieder zurückgegangen. Weil wir dachten, wir kommen da nicht weiter. Und dann... Äh... Müssten die uns doch eigentlich mal begegnet sein. So, hier ist... Gwins Mutter. Da ist Gwyn. Nur jene, denen es vorherbestimmt ist, dürfen eintreten. Das Schicksal versperrt diesen Weg. Und das Schicksal kann niemand ändern. Können wir das vielleicht doch? Schicksalsbrecher... Achso, wir hätten einfach nur gegenlaufen müssen und dann einmal hinfallen müssen. Okay. Das war ja nicht so kompliziert. Dann öffnen wir doch mal die Schicksalsbrecher-Tür. Ups. Tretet näher, Sterblicher. Der Hammer. Er muss neu geschmiedet werden. Der Hammer. Zur Schmiede. Ihr werdet den Weg erkennen. Die Weisheit ruht in euch. Wir werden den Weg erkennen und wir müssen den... ...mystischen Hammer neu schmieden. Wir werden den Weg erkennen. Okay. Ich bin mir jetzt mal nicht so sicher, was das bedeuten soll, aber... ...da es ja nur einen Weg gibt, gehen wir den einfach mal entlang. Und da ist auch schon die Schmiede. Deswegen... ...nutzen wir doch mal Vlaskars Schmiede. Das ist sie also. Die Schmiedekammer der Erstgeweihten. Bei Mitaru. Ja, schau dich mal ein bisschen um. Ich versuch mal hier... ...das Hämmerchen wieder in Ordnung zu bringen. Die alte Schmiede scheint an den Überresten des mystischen Hammers zu zehren. So als würde sie sich an seine erste Herstellung erinnern. Die seltsamen Flammen in ihr scheinen die Geheimnisse einer Wiederherstellung zu flüstern. Wir schmieden mal den mystischen Hammer neu. Seht doch nur, wie er glänzt. Eine wahrlich legendäre Waffe. In Eagons Händen fällte er einst ganze Heerscharen von Niskaru. Doch nun müssen wir unsere eigenen Legenden schreiben. Der Niskaru-Lord Kamasandu ist im Wolkengipfel in den Brachlanden eingesperrt. Wenn Besin seinen Zauber wirkt, wird etwas erscheinen, das die Krone des Niskaru-Lords genannt wird. Hört ihr mir zu? Ja, natürlich. Hingehen und draufschlagen, ja? Ja, die Krone wird erscheinen. Es ist nicht wirklich eine Krone, sondern Emanationen des Niskaru-Lords selbst, während er sich aus dem Berg befreit. Er kann nicht mit einem Mal entkommen. Wenn wir also diese ersten Projektionen mit dem mystischen Hammer verletzen, können wir die Tür wieder schließen, die Besin zu öffnen versucht. Der Wolkengipfel erhebt sich in den südlichen Brachlanden, westlich von hier. Ich werde in der Eisenhag feste Verstärkung anfordern und mich dann bei dem Berg mit euch treffen. Wir treffen uns also beim Wolkengipfel. Ja, er liegt im Süden der Brachlande. Ich werde dort mit Verstärkung auf euch warten. Bereitet euch darauf vor. Diese Prüfung wird anders sein als alles, was ihr kennt. Erzähl mir mehr über Anrubezin. Er plant, einen Niskaru-Lord zu befreien und wir hoffen, ihn aufhalten zu können. Mitaru stehe uns bei. Und der mystische Hammer? Er hat schon einmal funktioniert, als Eagon gegen Pharlang kämpfte. Hoffen wir, dass er es auch bei euch tut. Stimmt. Und Pharlang? Letztendlich hat er nur einen Albtraum geträumt. Besin hingegen könnte diesen Albtraum wahr werden lassen. Ja, das wissen wir ja schon. Und was ist mit deinen Eltern? Sie mussten leiden und sterben, weil das Wissen um die Vergangenheit unseres Ordens vergeudet wurde und verloren ging. Das werde ich niemals vergessen. Aber ich weiß auch, dass sie nicht umsonst gestorben sind. Und das beruhigt mich. Und die Krone des Niskaru-Lords? Die ersten Emanationen des Niskaru-Lords. Die, wenn ich es richtig verstanden habe, aus dem Berg selbst hervortreten. Das ist die erste Stufe des Zaubers. Verzichten wir lieber darauf, herauszufinden, was anschließend geschieht. Ah, eine gute Einstellung. Was ist denn mit dem Niskaru-Lord? Ein Niskaru-Lord ist ein gewaltiges Geschöpf des reinsten Chaos. Karmazandus Wesen war... Ist... Voller Klugheit und Überzeugungskraft. Seid auf der Hut und glaubt nichts von dem, was er sagt. Okay, dann sehen wir uns wohl beim Wolkengipfel. Machen wir uns auf den Weg zu dem Berg, zu unserer letzten Aufgabe. Alles klar, aber erstmal räumen wir hier noch aus. Ein Heiltrank. Und das Inventar schon wieder voll. Wieso ist eigentlich das Inventar immer voll? Wieso ist der Rum immer alle? Ähm... Accessoires. Da können wir doch mal bestimmt... Siegelring der Balladen. Das ist 5% Schaden. Komm. Evalyens Ring. Auch mal weg damit. So, was haben wir hier? Adepters. Giftresistenz. Blutungsresistenz. So, Plunder. Ähm... Ah, komm. Aus Plunder. Die nehme ich nochmal raus. Es reicht ja, wenn wir die beiden zerstören. Wir wollen ja einfach nur einen Heiltrank haben. Und das war's dann ja auch schon. Und hier haben wir noch eine Truhe. Vielleicht sind da ja auch noch ein paar Heiltränke drin. Nein, Goldmünzen und ein Talentbuch für Schmiedekunst. Ähm... Können wir das denn irgendwie lesen? Talentbuch. Schmiedekunst. Durch das Lesen dieses Buches wurde dein Talent... Schmiedekunst dauerhaft erhöht. Ja, für jeden, der einmal kurz lesen möchte. Einmal kurz auf Pause. Da hast du es nämlich ganz schön viel. So. Achso, das Gämschleif-Talentbuch. Oh, da war ich vielleicht ein bisschen schnell. Aber ist ja nicht so schlimm. Das heißt, wir können eigentlich mal... So. Wir fliehen jetzt mal Richtung Norden. Also nicht fliehen, sondern wir gehen einfach mal weiter. Mal gucken, wo wir da rauskommen. Hier ist nicht so viel los. Ist denn hier noch irgendwas? Achso, das war dieser kurze Weg. Ah, okay. Ja, so macht das natürlich alles viel mehr Sinn. Und wir reisen wieder nach Minetüre. Hier liegen noch mal ein paar alte Spinnen in der Gegend rum. Und ich werde einmal zu unserer Weberkarte. Da müssen wir hin zum Wolkengipfel. Achso, da sind wir auch gleich. Aber wir können ja auch da hinten wieder schnell hinreisen. Nach Canerock. Da werden wir nämlich jetzt mal ein bisschen Krimskrams verstauen. Ist das hier unsere Weberkarte? Nee. Das muss offensichtlich dieses Gebäude sein. Die Weberkarte. Finde ich auch schön, dass man die immer wieder aufschließen muss. Es gibt einem so das Gefühl, dass man... Ja. Was... Dass man da auch abschließt und solche Sachen. Das Talentbuch zum Beispiel. Das Mal des Königs. Eagons Gefährten 2. Hauptbuch der Kriegsgeweihten. Yennikas Tagebuch. Samstag. Seidenerntetagebuch über Alchemie. Ant- oder Fallon. Entsorgungsnotiz. Die Bergbauanalyse. Und die Berichte. Und Rekrutierung... Achso, ja. Die Rekrutierungsschreiben, die muss ich ja noch weitergeben. So. Was haben wir denn hier noch drin? Ach, der Schwanz des Salamanders. Rüttelndes Langschwert haben wir hier noch. Ja, ich glaube, das reicht aber auch erstmal. Obwohl, hier die große Kriegerstärke und so, die können wir ja eigentlich auch mal... Weiß ich nicht, hier zum Beispiel die Gemme der Gerinnung. Ach nee. Die lassen wir mal hier. Wie viel haben wir denn jetzt noch? Ach ja, das konnte ich ja irgendwie, weiß ich nicht, nur kompliziert irgendwo sehen. Deswegen reisen wir mal gleich wieder zurück zur Halle der Erstgeweihten. Als wäre nichts geschehen. Doch, wir haben uns umgedreht, das ist geschehen. Und dann gehen wir mal das Stückchen da zu Fuß. Jetzt muss es ja mal so einen Bossfight geben. Und das bin ich euch auch mal schuldig, dass wir hier mal so ein bisschen auf den Putz hauen. Da war eben ein Eiersack. Können wir denn mittlerweile wieder... Ah, mittlerweile können wir wieder Sachen einsammeln. Das ist mal ganz gut. Das haben wir hier im Spinnensack. Oh, 56 von 70. Das ist doch mal eine... Oh, Hemmelsblüte. Das ist doch mal wieder eine Ansage. Und danach... Äh, hauen wir mal... Oh, gut Tag. Aua. So, das waren die kleinen... Äh, die großen. So, ich fände es natürlich noch witzig, wenn die sich auch gegenseitig treffen würden. Aber das geht leider nicht. Aber ich hätte es noch witzig gefunden. Vielleicht ja in einem Kingdoms of Amalur 2. Was, wie ich glaube... Gab es da nicht Gerüchte, dass das schon in der Mache ist oder sowas in der Richtung? Könnte ja sein. Könnte man ja mal vermuten. Auf jeden Fall reisen wir mal hier weiter. Und hier haben wir noch eine Hemmelsblüte. Nehmen wir... Oh, ein Stein von Minetüre. Oder wie heißt das Ding? O. Oh, ein Stein von Minetüre. Oh, ein Stein von Minetüre. Ja, hast du dir so gedacht. So, damit wärst du jetzt auch tot. Und ich wollte doch hier den Stein lauschen. Der Stein des Frühlings. Der Spiegel, der die Sterne reizte, sprach Lyria flüsternd zu Tyrion. Auf felsigen Sporen von finsterem Stein, hoch oben am Himmel, liegt ein erlesener Sitz den Brüdern so nah. Eine Scherbe der Nacht, glitzernd in der Gischt. Eine Nadel aus dem Meeresboden, den Schleier des Himmels durchstoßend. Dort ist euer Volk meiner Stimme am nächsten. Und so erwachte Bayala Therin, die ruhige und majestätische, und sah die Klippen an der Küste und Lyrias Thron vor sich. So, jetzt habe ich... Jetzt habe ich aber auch die Faxen-Dicke. Nicht die Ficken-Dachse. Äh, die Ficken-Dachse. Hast du was verloren? Ach, ganz lässig. Er ist ganz lässig. Er ist tot, aber er ist ganz lässig. Also wirklich. Du denkst hier nichts Böses und dann kommt da sowas. So, die Brachlande. Und keine Reagenzien. Und da haben wir wieder ein Steinchen. Der Stein der Brachlande. In längst vergangenen Zeiten gab es in der Wüste keinen Schatten. Die Sonne verbrannte das Land bis zur völligen Zerstörung. Die Flüsse verschwanden. Die Tiere versteckten sich unter der Erde. Die Menschen flehten Helios um Gnade an. Doch er erhörte die Gebete nicht. Die Pflanzen welkten in der Hitze. Überall in den Brachlanden knisterten Flammen. Ja, das klingt ja nicht so einladend. Und was haben wir hier? Wir haben eine Himmelsblüte und noch ein Skelett. Oh, Blutwurz. Und gemäßigte Schuhe. Aber wir wollen ja nicht gemäßig durch die Gegend laufen, sondern eher mal so mit ein bisschen Schmackes. Wartet, ich bin gleich bei euch. Erstmal muss ich hier noch schwarzen Grosch einsammeln. So. Mit wem rede ich jetzt? Ich rede mal mit Grian Shane. Oder He-Man, wie ihn seine Freunde auch nennen. Das gefällt mir. Etwas, das sich mit Schwert und Schild regeln lässt. Ja. Ihr seid auch hier? Heidklinge. Dachtet ihr wirklich, ich würde euch allein gehen lassen? Damit ihr den ganzen Spaß für euch habt? Da habt ihr euch gründlich geschnitten. Okay. Was weißt du über Anro Besin? Er ist zweifellos dort oben und niemand weiß, wozu er fähig ist, wenn er in die Enge getrieben wird. Aber zumindest haben wir das Überraschungsmoment auf unserer Seite. Und, äh, vertälst du von mir als Eidklinge? Nur wenige steigen derart schnell auf. Aber bei euch läuft wohl vieles ein wenig anders als gewöhnlich, nicht wahr? Ja, wir haben da so unsere Methuen. Was weißt du denn über die Kriegsgeweihten, wenn du überhaupt was über die weißt? Ein Kriegsgeweihter muss ein standhafter Soldat sein. Und genau das muss er der Welt auch zeigen. Oh, okay. Und was ist mit dem mystischen Hammer? Das ist also dieser legendäre Hammer. Wie schafft er es nur so zu leuchten? Und diese sonderbaren Symbole darauf? Na, du hast aber eben in zwei verschiedene Richtungen geguckt, ne? Okay, das hier ist also der Wolkengipfel. Ich habe mich danach gesehnt, auf das Schlachtfeld zurückzukehren. Und ich habe das Gefühl, dass ich Gewün zumindest das schuldig bin. Gewün. Ja. Okay, dann, äh, bis später. Bis dann. Und wir reden erstmal mit dem Gewün. Hör zu! Besin hat sich seinen Weg in den Berg gebahnt. Und wir werden ihm folgen. Gehen wir. Ja, machen wir das. Aber gehen wir bis rauf zum Gipfel? Ja. Die Krone wird auf der Spitze des Wolkengipfels erscheinen. Und genau dort wird auch Besin sein. Na super, gibt's da keinen Fahrstuhl? Ich will zuerst... Bei den Göttern! Ja, nur übertreib mal nicht. Das ist doch hier einfach nur... Guten Tag! So, wo ist hier... Ach, hier ist gleich der nächste. Ich wollte doch eigentlich nur meinen Loot aufnehmen. Aua! Sag mal, ich bin doch gar nicht... Damit hab ich doch überhaupt nichts zu tun. So, jetzt mal hier nicht Gewün angreifen, sondern... Ja, hier sind die Eidklinge. Ähm... Oh, was ist das denn? Mittel. Mittel kriegen wir doch wunderbar hin. Nein. So, passt das schon eher. Cavaliers-Großschwert. Das nehmen wir mal mit. Und die Weißflocke auch. Und die Stulpen lassen wir mal hier. Ähm... Was haben wir hier noch? Sinterdecke! So, jetzt haben wir noch ein bisschen was. Der arme Kerl. Guckt der denn hin? Merkwürdig. So, wo ist denn hier... Kann man hier irgendwo runterspringen? Achso, wir müssen... Wir sind unten angekommen. Also wir sind da, wo wir dann zum Schloss wieder ankommen. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich mal in die andere Richtung gehen. Das ist hier noch. Hier haben wir nochmal knapp 1000 Gold. Das kann man ja mal mitnehmen. Und wir gehen jetzt mal hier... ...den Weg entlang. Mal schauen. Und es macht schon wieder bum 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 bum. Oh. Oha. Oha. Hört doch mal auf, mich hier anzugreifen. Mist. Oh, dieser Mann. Willst du mich nerven, oder was? Der will mich auch nerven, ob ich das auch kenne. Oh. So, dann bist du jetzt da, du Kultist. So, das war der. Ist da noch einer? Nee. Dann räubern wir die nochmal schnell aus. Ist denn hier für ein... ...für ein Gewackel die ganze Zeit? Und da wird mir YouTube wieder sagen... ...Ihre Videos sind wackelig. Wollen wir... Sollen sie... Ich kann schon wieder nicht sprechen. Sollen wir das in irgendeiner Form und Weise abschalten? Und dann sage ich hier mal... Nö. Weil ist Spiel. Gehört zu. Ähm. Was haben wir hier? Huch, was war das denn? Ihr werdet sterben. Ja, natürlich. So, genau. Knie da mal nieder. Nicht vergessen. Ich bin König Wenzen. König Wenzen mit den Ränzen. Ja, das war's nicht. Zack. So, den hat's auch erwischt. Was haben wir denn hier? Gibt's hier noch irgendwas zu sehen? Der hat was fallen gelassen. Aber nichts, was mich so wirklich interessiert. Der hat auch was fallen lassen. Huch. Nein. Das habe ich hier eben gerade falsch gedrückt. Oh, und ich habe einen Mana-Trank getrunken. Weil ich eben... Na komm, dann machen wir mal eine Prismere-Dietrich. Und wir finden einen Dietrich. Ja, sehr schön. Das hat sich ja gelohnt. Kriegsgeweiter. Ja, wir sind doch schon unterwegs. Ich gucke mich doch hier nur um. Oh, wir haben hier eine Truhe. Sprengendes Langschwert und Hände des Handwerkers und drei Dietriche und gemäßigte Handwickel. Das nehmen wir mal alles mit. Und dann gehen wir mal hier weiter nach oben. Hüpft der dicke Nachbar von oben etwa in seiner Wohnung herum? Oder was läuft hier? Oh, ich muss irgendwo wieder... So, man. Ich gucke mal hier ein bisschen... So, ich mache das noch nicht mehr lange mit, ne? Ist halt klar. Also dürfte so viel der Phalangi-Kult sein, wie ihr wollt, aber... Hier wird nur nacheinander angegriffen. Ja, und He-Man macht irgendwie gar nichts. Hier ist ein Bogenadjutant. Der macht wenigstens noch ein bisschen was. Und hier haben wir gleich nochmal... Oh, Dietriche. Vier Stück. Und ein gemäßigter Keitschild. Oh, jetzt wurde ich hier falsch gedrückt. Kriegsgeweihter. Ja, nun sabbel doch nicht immer das gleiche Zeug. Ich bin doch hier gerade noch am gucken. Guck mal, der hat zum Beispiel 300 Gold. So richtig, äh... Oh. Das sieht nach großem, bösem Raum aus. Wir machen mal hier ein bisschen was kaputt. Ja, bei den Göttern. Was denn? So, wir gehen hier einfach mal weiter. Gott sei Dank ist hier nichts passiert. Oh, da geht's raus. Aber hier können wir noch einmal... ... ein wenig Sachen einsammeln. Weichkrabbelpulver zum Beispiel. Ja, nicht vorlauben. Ich bin König Wenz. Bei den Göttern. Guck mal hier. Schön. So, wer hat sich da hinten versteckt? Ach, ein Niskavo. So, jetzt erst mal nicht hier... Ja, man kommt ja hier gar nicht weit. Soll ich mich denn da bereit machen, wenn ich hier ständig... ...genötigt werde, irgendwas anderes zu machen? So. So, was ist da hinten los? Das ist doch ein Magier. Und da haben wir noch einen. Und der ist jetzt mal ein bisschen indisponiert. Ja, ich denke... Ja, ich denke... Re-Enchained jetzt... Lass dir mal ein zweites... ...zweites Sprachsample geben... ...und dann geht das hier auch weiter. Aber... ... du kannst doch hier nicht immer mit dem gleichen Spruch kommen. Kriegsgeweihter und bei den Göttern. Also ein drittes Sprachsample wäre ja auch schon mal ganz nett gewesen. So, gibt es denn hier noch irgendwas? Kommen hier noch irgendwo Gegner aus der Hüfte geschossen? Warte. Wir halten sie auf. Ihr geht weiter. Tut, weswegen ihr hier seid. Ähm... Zerstör K... Kamasandus Krone. Oh. So, das war der. Haha, da sind wir durch die... So, den letzten... Ah, ne, den letzten haben wir ja jetzt. So, kann ich hier irgendwie... Aua. Ach. Hier muss ich wahrscheinlich... ...dann... ...den mystischen Hammer ausprobieren. 138 Körperschaden. Na, das sieht doch mal aus wie ein Hämmerchen. Damit kannst du aber nicht nur Schnitzel kleinkloppen. So, und wir müssen hier mal nach oben... ...zu der Spitze des Wolkengipfels. Ich wechsel aber doch lieber noch mal... ...zu meiner Haldebiers-Klinge. Weil die mag ich doch noch am liebsten. So, das war der. Bist du denn runtergefahren? Was ist das denn für ein riesiger Brustkasten? Finde ich aber... Oh. Was leuchtet denn da hinten? Ich bin irgendwie ein bisschen... ...ablenkbar. Was haben wir hier? Da steckt ein Schwert drin. Verfolgershandwickel. Die nehmen wir doch mal mit. Das muss ich mir dann alles mal ganz genau angucken. Aber hier brauchen wir jetzt noch einmal... Kann ich denn im Inventar... ...als sekundäre... Ja, das passt doch wunderbar. Dann kann ich so nämlich immer einfacher wechseln. Oh. Aha. Ein kleiner Nescaru. Du weißt nicht, wo ich bin. Hier bin ich. So, das war's du. Oh, du hast sogar was verloren. Was hast du denn? Ein Cavaliershammer. Ich hab einen mystischen Hammer. Der ist dreimal besser wie deiner. Das war ja nur nix. Einmal am Auge kratzen. Und dann gleich nochmal. Aua. Ich dachte, der wäre schon tot. So, damit wäre der auch tot. Also irgendwie geht man da ja heute mal so ein bisschen durch. Was hat der noch verloren? 896 Kolt. Wir nehmen nochmal den Fleischklopfer. Da habe ich mich jetzt mal ein bisschen mehr... mehr konzentriert. Oh, guck mal hier, Goldmünzen. Und großer Zauberfluch und Kyras der Eisabschwächung. Ach, den nehmen wir auch mal mit. Schaden kann es ja nicht. Goldmünzen, schwarzer Kursch, endlich mal. Ein Nescaro, der weiß, was gut ist. Und wir können noch eine Stufe ansteigen. Das machen wir doch jetzt auch nochmal schnell. Okay. So, was haben wir denn hier? Alchemie. Erhöht die Chance, Reagenzien erfolgreich zu ernten. Schmiedekunst. Sinneschärfe, Menge an Gold. Bannen. Bannen können wir auch mal wieder so ein bisschen leveln. Schlösserkunde. Ah, komm, wir machen mal Schlösserkunde. Und was haben wir hier? Raffinesse. Assassinkunst. Ja, das hat ja bis jetzt nicht so gut gefein, Klingemeister. Achso, könnte ich vielleicht hier bei dem Hämmerchen. Äh, ach komm, das ist doch hier brutale Bewaffnung. Ähm, ja, ich hau das mal alles da rein. Ne, einen Punkt hab ich noch. Den hau ich da nochmal da rein. Ach nee, hier war Hammermeister. Was ist das denn? Schaltet aufgeladene Spezialangriffe für das Langschwert, das Großschwert und den Hammer frei. Ja, wieso mach ich sowas nicht vorher schon? So, hier machen wir nochmal Soldat, Rang 3. Abenteurer, Rang 3. 13%. Hier haben wir nochmal 20% Markkampfschaden. Dann nehmen wir mal den weiterhin. Und, ja, dann gehen wir doch mal weiter. Hier einmal mit dem Dings. Auf, auf. So, das läuft ja eigentlich alles ganz gut. Gut, ich bin ein wenig. So, hier erscheint keiner mehr. Oh, aber hier ist noch irgendwo ein wenig Gerümpel, wie ich auf der Karte sehe. Da, genau da ist es. Kavaliersgroßschwert, das nehmen wir mal mit. Den Rest lassen wir mal hier. Und jetzt müssen wir Andro Beseen besiegen. Ich hoffe mal, das klappt alles so einfach, wie ich mir das vorstelle. Was habt ihr getan, Narr? Denkt ihr wirklich, ihr könntet diesen Krieg ohne mich gewinnen? Gegen eine derartige Niedertracht können Sterbliche niemals bestehen. Hm. Wir machen das mal kurz und schmerzlos. Hier endet dieser Wahnsinn. Wieso können wir den nicht angreifen? Und jetzt müssen wir die Äuven nicht machen. Hier auch ganz gut. Ja, das hätt ich doch vorher gebrauchen können. Aua, ich kann mich nicht bewegen. Hey, das kann doch nicht sein, du musst nicht bewegen. Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann mich nicht bewegen. Wie gehen denn hier die Waffen kaputt? Und das war noch das gute Schwert. Dann wechseln wir mal da hin. Ja, das ist irgendwie nicht so richtig gebranzt. Weil wenn man sich gar nicht mehr bewegen kann und dann da so eingekesselt wird... Nun, Kind, es scheint, als würde ich meine Glieder nicht so bald retten. Es ist ein Jammer, dass der Zauberer sich als so schwaches Instrument meines Willens erwiesen hat. Hätte ich doch nur ein besseres, stärkeres... Was wollt ihr tun? Was wollt ihr tun? Ihr seid gefangen. Wohl wahr, ein Jammer. Ich war fast frei, nach so langer Zeit. Doch das Siegel ist beschädigt. Mein Verstand kann nun wandern. Stellt euch nur vor, was ich tun könnte. Hätte ich ein Instrument, durch das ich auch handeln könnte. Aber das wird leider niemals geschehen. Eure Ehre strahlt hell, Kind. Doch in weniger als einem Blicke meines Auges wird eure Kerze flackern und erlöschen. Ein dünner Faden Rauch. Dann nichts. Doch ich werde noch immer hier sein. Ich werde lachen, wenn ihr sterbt. Und wenn ich befreit bin, werde ich lachen, bis die Meere kochen und die Berge beben. Ich werde warten. Doch nicht lang. Ja, erzähl mal weiter. Wir grabschen uns jetzt mal alles, was hier verloren wurde. Der Helm der hässlichen Fratze. Ja. Das wundert mich nicht, dass du die getragen hast. Verschwindet, Staubkorn! Okay. Dann gehen wir halt wieder. Na, Gwyn. Habt ihr mit jemandem gesprochen? Ich habe von dort drüben alles mit angesehen. Ihr wart wie einer der Erstgeweihten. Kehrt zur Halle der Erstgeweihten zurück, wenn ihr so weit seid. Und lasst uns nicht warten, ja? Zur Halle der Erstgeweihten? Ja, zur Halle. Kommt einfach dorthin. Dann werdet ihr schon sehen. Okay. Ähm, Anru Besin ist übrigens tot. Er ist tot. Genau dort drüben. Selbst Eagon wäre beeindruckt. Natürlich ist er tot da drüben. Ich habe ihn da drüben ja getötet. Und der mystische Hammer? Ich weiß nicht, wie ihr ihn geschmiedet habt oder welche Magie in ihm ruht. Aber ich weiß, dass er funktioniert hat. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Alles klar. Dann, äh... Oh, dann ist Karu laut. Kamasandu ist wieder in seinem Gefängnis. Dank euch. Ja, dann mal bis später bei der Halle der Erstgeweihten, ne? Die Halle der Erstgeweihten kommt nicht zu spät. Ähm, gibt es hier einen schnellen Weg nach unten? Also nicht direkt hier nach unten, weil das ist ja... Da lande ich hier nur auf großen Spitzenknochen. Und das will ich ja auch nicht unbedingt. Ach, müssen wir jetzt hier mal wieder ein bisschen laufen. Ein wenig die Beine in die Hand nehmen und... Ja. Aber das war ganz schön fies, weil ich wurde dann da eingeklemmt zwischen Wand und den Nescaro-Jägern. Und das hast du gar nicht so geschafft, entweder zu blocken, weil die sich sofort angegriffen haben. Und wenn nicht der eine angegriffen hat, dann hat der nächste angegriffen. Ähm, ja. So war das. Da ist noch ein Gegner. Wir haben das Zeit. Erzähl doch nichts. So. Hier wird weiter rumgebummert. Aber ich glaube, wenn ich den Weg andersrum gehe, also wenn ich da... ...hier geradeaus gehe, dann komme ich zu der Stelle, wo ich runterspringen kann. Ja, genau, ich sehe es auch schon auf der Karte. Und dann hüpfen wir mal hier runter. Da gibt es nämlich hier noch was. Einen Haufen. Robuste Chakrams und Kappen der Lähmung. Die nehme ich auch nochmal mit. Und wir haben schon wieder fast ein volles Inventar. Und wir werden hier natürlich fast in eine Horde von Niskaru-Jägern und Phalangi-Kult-Mitgliedern reingelaufen. Beziehungsweise reingesprungen. Und gut, dass wir die vorher schon erledigt haben. In die Brach landen. So, kann ich denn einmal... Ich möchte nämlich einmal... Wo war es Türschwelle? Ähm, wo will ich denn überhaupt hin? Die Eisenhag-Feste. Genau da will ich hin. Ich will nämlich mal ein paar Sachen reparieren lassen. Kriegsgeweihter. Ja. Die darf auch immer nur das eine Wort sagen. So. Da stehen sie alle wieder. Als hätten sie nichts besseres zu tun. Und wir gehen einmal kurz... ... zum Schmied. Wir bekommen hier in Eisenhag nur wenige Fremde zu sehen. Seid willkommen. Ja, ich fühle mich auch immer willkommen. Die Hitze ist genauso tödlich wie die Jotun und die Spinne. Ja, das stimmt allerdings. Dann reden wir doch mal mit Kavaroch. Hier könnt ihr meisterhafte Handwerkskunst erwerben. Ich möchte aber lieber was reparieren lassen. So, Seidenerntehandschuhe. Da ist ja schon unser Geld fast weg. Haus der Balladenschild. Den müssen wir mal reparieren. Und die Schuhe der Eishemmnes. Die zerschlissenen Gamaschen. Wieso haben wir die überhaupt an? Ach, weil unsere Hosen wahrscheinlich kaputt gegangen sind. Das Langschwert des Klammerns. Das reparieren wir auch mal. Und hier noch Haldebiers Klinge. Ja, das passt ja wunderbar. Dann lassen wir es mal dabei. Und ich ziehe mir noch mal ein paar Hosen an. Weil offensichtlich haben wir keine vernünftige Hose mehr. Ähm, Hände, Brust. Da, Beine. Furchtlose Beinpanzer. Eine zerrissene und zerschlissene Hose. Das zieht doch keiner an. So, potente Gamaschen der Blitzhemmnis. Er fordert 18 Raffinesse. Ja, super. Dann nehmen wir mal den furchtlosen Beinpanzer. Und dann... Wir bekommen hier in Eisenhark nur wenige Fremde zu sehen. Ja, ja. Jeder hat hier den gleichen Spruch. Nur weil ich anders aussehe, sagt er mir... Hey, willkommen. Der einsiedlerische Schmied ist hier. Hier in der Feste. Ja, wer hat ihn denn da bloß reingelassen? Wir bekommen nicht genügend Fremde zu sehen. Und dann sagen sie... Oh, der Schmied ist hier. Ich grüße euch. Ja, ich grüße dich zurück. Aber eigentlich will ich jetzt nochmal hier in Richtung Süden und mal hier zur... Was ist denn das überhaupt für eine Karte? So, da will ich... Achso, da ist sogar schon... Ist das die richtige? Die Halle der Erstgeweihten. Das ist tatsächlich alles schon richtig hier eingestellt. Ich bin... Nee, da muss ich hin. Ich bin begeistert. Ich bin auf so viele Arten begeistert. Ich glaube, ich gehe wieder falsch. Ich muss, glaube ich, erstmal hier entlang. Und dann werde ich, glaube ich, mal ein paar Jotunen erledigen. Und Kobolddolche da reinstecken. Wie in einen Messerblock. So, da muss ich hinlang. Ich glaube, hier war das doch, oder? War das hier? Äh, ich schaue nochmal aufs Kärtchen. Wieso gehe ich eigentlich immer falsch? Grundsätzlich. Ich muss also erstmal nach Norden wieder. Dann wieder ein bisschen mehr nach Westen. Ach, es ist nicht einfach. Ich habe schon gar nichts, sich hier zurechtzufinden. Und ich hätte ja wahrscheinlich auch... eine Schnellreise machen können. Und ich werde einmal ganz kurz... ähm... Halte, wie es klingelt, wieder... anlegen. Und dann mal hier weiter... vorrücken. Da baut sich noch im Hintergrund... die Umgebung auf, was hoffentlich nicht an meinem Rechner liegt, sondern an dem Spiel. Schauen wir doch mal. So, wir müssen einmal direkt nach Süden durch. Da nehme ich mal den Weg der kürzesten... Ähm... Tretet ein. Tretet vor die... Ihr habt gewaltige Taten vollbracht. Ihr habt heller gestrahlt als Kervyns Klinge und den Staub von unserer glorreichen Vergangenheit gewischt. Ihr habt Gegner jenseits aller Vorstellungskraft gefällt und seid dabei den Prinzipien der Kriegsgeweihten treu geblieben. Und somit verleihe ich euch voller Stolz den kostbaren, erhabenen Titel eines Letztgeweihten. Mit einer Hand werden wir weiterhin dem Krieg geweiht und unserem Heeren Bekenntnis als Söldner treu bleiben. Doch mit der anderen werden wir wachsam sein und jegliche Bedrohung durch die Niskaru zurückschlagen. So, wir sind also jetzt Letztgeweihter. Letztgeweihter. Durch deinen Sieg über Anrubesin und seine Phalangi auf dem Wolkengipfel hast du dir einen Platz in den Reihen der legendären Helden der Kriegsgeweihten erstritten. Plus 1 auf Machtfähigkeiten, plus 10% Volltrefferchance gegen Nukari, äh Niskaru, Nukari, ja, jetzt geht's los. Und plus 6% Betäubungsdauer. Ja, das ist ja nett. Und, äh, jetzt? Tine, erzähl mir nochmal was. Was ist? Hm, was ist denn ein Letztgeweihter? In einer Lebensspanne wird dieser Titel vielleicht einer oder zwei ausgesuchten Seelen verliehen. Ich habe ihn mir verdient, indem ich den Orden vor seiner Spaltung und vor Unfrieden bewahrt habe. Aber das ist Jahre her. Und Anrubesin? Dass ein solcher Wahnsinniger existiert, beweist nur, dass es noch andere geben kann. Ja, das stimmt vielleicht. Und, äh, was machen die Kriegsgeweihten jetzt? Wenn der Kristallkrieg wahrhaftig beendet ist, werden wir in Chlorikon eine Feste errichten. Die meisten von uns werden jedoch zurück in den Westen gehen. Auch wenn sich die alten Festen füllen werden, sehe ich doch keinen Müßiggang auf uns zukommen. Irgendetwas sagt mir, dass wir ein Iskaru finden und bekämpfen werden. So, so. Du weißt, dass du hier in einer Schmiedehalle stehst, nicht wahr? Ich bin ein alter Soldat und habe vieles gesehen. Doch hier zu stehen, flößt mir Demut ein. Alles klar, dann sehen wir uns später, ne? So. Dann reden wir nochmal mit Oda. So begegnen wir uns wieder, Soldat. Meinen Glückwunsch. Ihr habt Bemerkenswertes geleistet. Ja, wir haben Ann-Rubaisin getötet, ne? Die Welt ist ohne derartige Männer besser dran. Und was ist jetzt mit Gwyn? Ich kannte ihre Mutter gut. Ich denke, Gwyn war wohl schon immer eine Heldin, die nur darauf gewartet hat, dass ihre Geschichte endlich beginnt. Ja. Ihr hättet keine bessere Gefährtin gegen diesen Feind finden können. Oh, vielen Dank. Aber du sprichst jetzt Gwyn wirklich mal richtig aus. Das hier ist übrigens die Halle der Erstgeweihten. Ich bin viele Male an diesen Ruinen vorbeigekommen. In meiner Jugend habe ich sie sogar häufiger erkundet. Aber mit dem hier hätte ich niemals gerechnet. Und ich bin jetzt übrigens ein Letztgeweihte. Nach allem, was ich gehört habe, habt ihr euch diesen Titel wahrlich verdient. Tragt ihn mit Stolz. Das werden wir machen. Bis später. Ah, jetzt geht's doch noch weg. Sweri. Ich bin den ganzen weiten Weg aus Chlorikon hierher gekommen, um das zu sehen, Letztgeweihter. All die Geschichten, die wir von euren und Gwyns Taten gehört haben. Und wie es scheint, sind sie tatsächlich wahr? Ja, natürlich. Ich habe nämlich Anruvisin getötet. Er dachte also, er könnte den Krieg beenden. Was? Ich verbringe meine Tage und Nächte an der Front und hatte noch nie einen derart törichten Traum. Und was mit Gwyn? Ich kenne Gwyn schon seit Jahren. Sie und ich, wir sind am selben Tag Schildverpflichtete geworden. Ich wusste schon immer, dass sie für etwas Großes bestimmt ist. Ach, du bist der Bruder von Bori, ne? Richtig, ich erinnere mich. Das hier ist übrigens die Halle der Erstgeweihten. Wenn ich mir vorstelle, dass der alte Eamon einst selbst durch diese Hallen geschritten ist. Erzähl mir mehr über die Kriegsgeweihten. Kriegsgeweihten. Wo es einen Krieg gibt, da sind auch die Kriegsgeweihten. Wir führen die Leben von Soldaten. Es geht einem in Fleisch und Blut über und da bleibt es auch. Und ich habe den Titel eines Letztgeweihten erhalten. Es ist ein Ehrentitel. Sorgt dafür, dass ihr keine Schande über ihn bringt. Nö, wir passen auf. Hast du diesen mystischen Hammer schon mal gesehen? Das also ist er. Er sieht alt aus, wenn man bedenkt, dass er gerade erst neu erschaffen wurde. Und dieses Licht auf ihm. Ich schwöre, ich habe noch nie etwas Vergleichbares gesehen. Erzähl mir mehr über dich. Nennt mich einen Kastellan ohne Festung. Es gibt innerhalb der Armee einen kleineren Trupp von Kriegsgeweihten. Und diesen Trupp führe ich an. Gute Arbeit, alter Freund. Das war vielleicht ein Anblick. Wir haben das Ende des Kampfes mitbekommen. Waren aber zu weit weg und zu spät, um noch mithelfen zu können. Natürlich. Und was weißt du über die Halle der Erstgeweihten? Sie ist ziemlich alt, keine Frage. Und vielleicht ein wenig zu staubig für meinen Geschmack. Was sagst du dazu, dass ich letztgeweihter geworden bin? Na, da habt ihr hier jetzt etwas, worauf ihr stolz sein könnt. Und ihr habt es euch wahrlich verdient. Hm. Dann sehen wir uns, ne? Jetzt noch einmal mit Gewinn reden. Jetzt sage ich schon Gewinn. Gewinn. Oh Gott. Machen mich alle Kirre hier mit ihrem Gewinn. Also, mit Gewinn. Wir haben es geschafft. Ihr habt es geschafft. Ihr wart wie ein zweiter Eagon. Ich kann es noch immer nicht glauben. Vor mir steht einer der Erstgeweihten. Und ich kann ihn meinen Freund nennen. Was sagst du dazu, dass Anruh Bisin tot ist? Ich frage mich, ob er wirklich nicht Skaro einsetzen wollte, um den Krieg zu gewinnen. Oder hat er das Chaos einfach nur seinen Verstand zerstört? Und was sagst du dazu, dass ich letztgeweihter geworden bin? Ihr habt euch den Titel mehr als verdient. Ich weiß es. Ich war dabei. Aber immer eine sichere Entfernung, ne? Ja, dann bis später.